So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Bunker. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten hier, das Spiel zu beenden und zwar mit Stay oder Leave. Ich würde das Spiel so durchspielen, dass ich den Bunker verlassen würde. Danke Mama, was du alles für uns getan hast. Alle Menschen hast du da drinnen ausgerottet, nur damit wir überleben. Ich würde aber trotzdem gehen, nämlich das ist ja alles schon verseucht. Und ja, wir gehen. Und ja, wir gehen. Okay, das war's. Das war das Ende. Das erste Mal hat er die frische Luft anscheinend gespürt. Würde mich allerdings interessieren, was er gesehen hat. Schade, dass man das nicht sieht. Schade, schade. Aber ich muss sagen, es war ein gutes Spiel. Es war sehr, sehr aufregend, muss ich sagen. Und ich präsentiere euch im nächsten Part das andere Ende, wo wir im Bunker bleiben. Er hat viel durchgemacht, auch wenn seine Mutter da jeden drinnen umgebracht hat. Ja, darüber lasst sich jetzt diskutieren, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Es ist halt ihr Sohn gewesen. Es ist halt jetzt halt jetzt die große Frage, ob man das in Schutz nehmen soll oder nicht. Das bleibt euch überlassen. Ich weiß nicht, ob ich's auch so gemacht hätte. Ja, die Credits lasse ich, so wie immer. Auf jeden Fall ausbaufähig, so welche Spiele. Hat mir sehr gut gefallen. Das erste Spiel mit echten Menschen hier, was ich auf meinem Kanal präsentiere. Und ja gut, das war's. Wie gesagt, die Credits lasse ich. Und wir hören und sehen uns in dem nächsten Part, wo ich euch das andere Ende zeige. Ich auf jeden Fall bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020